Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Miethöhe und Möglichkeiten, die Miete zu erhöhen bzw. anzupassen. Schauen wir uns zunächst einmal die Miethöhe an. Diese ist anders als beim Mietwohnungsraum frei vereinbar bzw. die Grenzen der Vertragsfreiheit sind deutlich ausgeweiteter. Es gilt lediglich die Grenze aus dem Strafgesetzbuch für Wucher. Das heißt, die Miete für Gewerberäume darf 100% nicht übersteigen über der ortsüblichen Miete. Und das Ganze nachzuweisen ist natürlich erstmal schwer, weil sich die Frage stellt, wie hoch ist überhaupt die ortsübliche Vergleichsmiete? Denn bei Gewerberäumen ist eine Sache sehr besonders in dem Fall, dass der Mietspiegel nicht gilt. Somit kann ich gar nicht als Mieter genau einschätzen, wie hoch ist denn jetzt die ortsübliche Vergleichsmiete. Und auch als Vermieter fällt es eventuell schwer, wenn man in einem Markt mit wenigen Angeboten lebt, überhaupt einen fairen Preis auszuloten. Deswegen lohnt sich häufig ein Gang zum Makler. Der kann einem einen groben Richtwert geben, was ortsüblich ist und ebenso kann man auch in Preissammlungen des Maklers eventuell einsehen oder auch in öffentlichen Preissammlungen, was ortsüblich ist. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Miete sich nach dem Standort natürlich richtet. Der ist sehr entscheidend, ebenso wie die Qualität der Ausstattung, also ob bereits Inventar vorhanden ist oder auch wie schnell der Internetanschluss ist. Und eine ebenso große Rolle spielt natürlich die Größe des zu mietenden Objekts und auch die Flexibilität. Gerade in Zeiten von Homeoffice ist es für viele Mieter von Büroräumen beispielsweise notwendig, dort auch die Räume gegebenenfalls verkleinern zu können. Und Flexibilität kann sich auch nicht nur auf die Räumlichkeiten, sondern auch auf den Vertrag beziehen. Also dass ich als Mieter eventuell die Möglichkeit habe, besonders schnell aus dem Vertrag zu kommen oder gewisse Räume wieder abzugeben. Dafür muss ich denn gegebenenfalls als Mieter auch einen höheren Preis natürlich in Kauf nehmen. Einfach dieser Flexibilität geschuldet, die ja auch dem Vermieter gegebenenfalls schaden kann, wenn ich kurzfristig Räume loswerden möchte und das auch kann. Schauen wir uns an, wie wir die Miete erhöhen können oder auch anpassen können als Vermieter. Das ist nicht so einfach, denn für den Mietwohnraum haben wir ja ganz klare Regeln im BGB, auch wie Mieterhöhungen erfolgen können. Das ist nicht so bei Gewerberäumen. Da gibt es keine Gesetzesgrundlage, auf der wir jetzt die Miete anpassen können während der Vertragsdauer. Das heißt, wir müssen uns vorher genau überlegen, wie wollen wir vorgehen während der Vertragsdauer. Das müssen wir vertraglich festhalten und dafür haben wir drei Optionen. Es gibt die Indexmiete, die Staffelmiete und die Umsatzmiete. Die Index- und die Staffelmiete kennt man ja bereits von Mietwohnungen, allerdings sind die beiden etwas anders geregelt beim Gewerbemietraum. Zum Beispiel bei der Indexmiete gibt es klare Regelungen im Preisklauselgesetz. Bei der Indexmiete müssen wir natürlich auch immer beachten, dass wir als Vermieter nicht nur Mieterhöhungen mitnehmen können, sondern wir müssen diese Mietsenkung auch weitergeben, denn es kann natürlich auch sein, dass der Index mal sinkt. Also gerade leben wir natürlich in einer Zeit, wo die Inflation relativ hoch ist, aber das kann sich natürlich auch ändern. Das wird jetzt zwar nicht in naher Zukunft so sein, aber die Kaufkraft kann natürlich auch größer werden und dadurch würde dann auch die Miete entsprechend sinken. Voraussetzung, um diese Indexmiete zu vereinbaren, ist zum einen, dass wir einen 10-Jahres-Vertrag haben oder auch die Möglichkeit, dass der Mieter die 10 Jahre erreichen könnte, zum Beispiel durch eine Verlängerungsoption oder ähnliches. Und die zweite Voraussetzung ist, dass wir einen Index nutzen, der vom Statistischen Amt entweder auf Landes-, Bundes- oder auf europäischer Ebene rausgegeben wird und das ist ja der sogenannte Verbraucherpreisindex in der Regel. Es sind allerdings auch andere Indexe möglich, diese müssen allerdings einen Branchenbezug aufweisen. Es könnte beispielsweise bei einem Bäcker der Getreidepreis zugrunde gelegt werden. Kommen wir zur Staffelmiete. Die sagt ja im Prinzip aus, dass wir in einem gestaffelten Zeitraum, der festgelegt ist, die Miete um einen gewissen Betrag erhöhen. Und anders als beim Wohnraum gilt nicht 557a BGB, wo die Staffelmiete geregelt ist, sondern wir können hier viel freier auch die Staffelmiete gestalten. Also wir müssen uns jetzt nicht an dieser Einjahresfrist halten, die zwischen verschiedenen Staffeln liegen muss, sondern wir können auch in kürzeren Zeiträumen erhöhen und wir müssen nicht einen bestimmten Betrag in Euro beispielsweise angeben, sondern es reicht die Prozentangabe, weil hier geht der Gesetzgeber wieder davon aus, dass wir beim Gewerbemietraum einen Vertrag auf Augenhöhe haben und an sich sollte ein Gewerbetreibender natürlich auch einen Prozentwert umrechnen können und somit auch in der Lage sein, zukünftige Erhöhungen nachzuvollziehen. Es ist natürlich dennoch ratsam, das Ganze auch vernünftig zu vereinbaren und da auch zu schreiben, wie viel Prozent es sich erhöht und was für einen Betrag es handelt, einfach um da wieder Klarheit zu haben. Je besser man das Ganze formuliert und je klarer, desto weniger Ärger gibt es denn auch im Nachhinein, denn es ist gar kein Diskussionsbedarf, sondern es steht klipp und klar im Mietvertrag. Kommen wir zur Umsatzmiete. Diese ist ja relativ besonders und nur im Gewerberaum bzw. auch bei Pacht anzutreffen. Die Umsatzmiete sagt aus, dass der Mieter einen gewissen Prozentsatz seines Jahresumsatzes als Miete entrichtet. Das ist je nach Branche unterschiedlich. Meistens liegt es so zwischen 5 und 8 Prozent, aber es gibt auch natürlich Abweichungen nach unten oder nach oben. Es kommt natürlich immer darauf an, auch wie umsatzstark die Branche ist und was man auch außerhalb dieser Umsatzmiete an Miete bekommen würde an dem Standort. Je nach Konjunktur ist natürlich auch der Umsatz in einer Branche häufig unterschiedlich und deswegen, um sich dagegen abzusichern, gibt es eine Höchst- und eine Mindestmiete im Regelfall. Also als Mieter möchte man natürlich nicht in extrem guten Zeiten auf einmal exorbitante Mieten zahlen, nur weil jetzt gerade der Umsatz der Branche extrem gut ist und als Vermieter hat man natürlich ein Interesse, dass der Mieter auch in schwachen Wirtschaftsphasen trotzdem eine gewisse Miete entrichtet. Und um diesen Sicherheitsaspekt einfach zu haben, gibt es häufig eine Kopplung von der Grundmiete und einem gewissen Anteil, der dann nach Umsatz hinzukommt. Also einfach, um als Vermieter auch immer die Sicherheit zu haben, mit der Grundmiete kalkulieren zu können. Bei so einer Umsatzmiete ist natürlich auch eine Betriebspflicht denkbar, denn andernfalls könnte der Vermieter ja auch seine Geschäfte einstellen und den Umsatz verringern und dann würde gegebenenfalls der Vermieter leer ausgehen und dadurch könnte das Objekt zu einem Minusgeschäft werden. Des Weiteren sollte ein Kontrollrecht vereinbart werden. Dadurch kann der Vermieter beispielsweise beim Steuerberater die Unterlagen einsehen und auch den Umsatz nachvollziehen, um einfach zu überprüfen, wie legitim ist der Jahresumsatz, der mir gemeldet wurde. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, warum beträgt jetzt die Miete nicht einen gewissen prozentualen Anteil am Gewinn. Das hat einfach den Grund, dass wir den Gewinn, wie wir ja auch im Rechnungswesen lernen, den können wir drücken. Also wir können theoretisch den auf ein Minimum drücken oder auch Verluste künstlich, sag ich jetzt mal, erzeugen. Und das ist natürlich eine Maßnahme einfach, das am Umsatz auszurichten, die Miete, um dem vorzubeugen, dass der Mieter künstlich irgendwas an der Bilanz verändert. So, das sind ja alles Varianten, die wir ja im Vorhinein vereinbaren müssen oder mit einer Vertragsneuaufsetzung. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist gerade bei einem unbefristeten Mietverhältnis, weil da habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt einen neuen Vertrag zu vereinbaren oder sowas, weil der ist ja unbefristet und im Zweifel läuft er noch 100 Jahre und ich kriege nicht eine höhere Miete. Dafür gibt es die Option der Änderungskündigung. Und zwar gilt diese speziell für unbefristete Verträge. Und da hat der Vermieter die Möglichkeit, eine Kündigung an den Mieter zu überbringen, mit einem Angebot gekoppelt, das dem Mieter die Möglichkeit zur Fortsetzung gibt, allerdings zu einem entsprechend höheren Mietzins dann. Und so kann man auch in unbefristeten Verträgen einfach die Miete erhöhen. Und häufig wird das auch nicht so böse angesehen, sag ich jetzt mal, bei Gewerbemietern, weil einfach beide Vertragspartner wissen, es geht ums Geschäft. Und wenn man da zu hoch pokert bei der Kündigung und einem zu hohen Mietzins ansetzt, hat man im Zweifel natürlich auch das Risiko, dass der Mieter sich andere Räumlichkeiten sucht. Und dann ist damit natürlich häufig auch ein langer Vermietungsprozess, gerade in Lagen, die nicht unbedingt A-Lagen sind, verbunden. Und dementsprechend entstehen durch den Leerstand auch natürlich den Kosten beim Vermieter. Deswegen ist es, denke ich, auch in beidseitigem Interesse, dass man da ein faires Angebot unterbreitet, zu dem der Mieter dort auch weiterhin in der Lage ist, Geschäfte zu betreiben. Das war es soweit zu dem Thema. Lasst gerne ein Abo da, lasst Feedback da und teilt das Video natürlich. Bis dahin. Ciao, ciao.